Wir hatten schon viele Skandale mit, Alter. Jesse Lingard, 30 Jahre alt, glaubt keiner. Dybala ist auch schon 30, 31. Kann man auch nicht glauben. Bruder, er sieht aus wie 19. Er sieht jünger aus als ich und ich bin 23. Ich hab schon viele Sachen gehört über Spiele, Alter. Wie dieser Kamerbruder, der 17 Jahre alt sein soll. Alles gesehen. Aber das ist top nochmal alles, was ich gehört habe bis jetzt. Der Bruder hier spielt für Gabon Nationalmannschaft, okay? Ein Fußballer, alles schön und gut. Das Ding ist, er soll angeblich geboren sein im Jahre 1990. Was aber jetzt herausgefunden wurde, ist, dass seine Mutter 1986 verstorben sein soll. Jetzt erklär mir einer, seine Mutter ist 1986 gestorben, aber erst 1990 geboren. Bruder, aber du schon fagst. Das fagst doch nicht so dumm. Hat er nicht nachgedacht mit der Urkundenfälschung, es irgendwie ein bisschen zu korrigieren? Okay, er wurde ein paar Jahre jünger sein, aber Bro, seine Mutter ist vier Jahre vor seiner Geburt gestorben. Wie soll das gehen? Seine Mutter ist 1986...